So, erstes Pokémon geht. Na, es war mit Katze, genau. Ich finde es nur gerecht, wenn ich jetzt das krasseste Team aller Zeiten bekomme, ehrlich gesagt. Nein, ich finde nicht. Das Problem ist, wenn du verlierst, spenden die Leute, damit ich aufs Maul kriege. Wenn du gewinnst, spenden sie dir, weil du so gut gespielt hast. Das ist beides irgendwie ein bisschen scheiße. Hört sich beides fair an eigentlich. Nein, eigentlich überhaupt gar nicht. Tschüss, armer kleiner Wolf. So, erstes Pokémon. Es ist ein Serapentra. Nee. Mein erstes Pokémon ist ein Serapentra. Das ist ein I. Es ist leider kein Serapentra. Nicht mal ansatzweise. Ist das neu dazu? Nee. Ich hatte schon ein Pokédex. Ach ja. Ich verstehe gar nicht, dass von dem Add-on hat kaum einer Pokémon weg. Hat sich wahrscheinlich keiner gekauft. Ja, also nee. Nee, danke. 30 Euro. Nein. Ich habe fast 50 Zuschauer. Bei Miri habe ich auch gerade schon gesehen, sind jede Menge Zuschauer. Guckt ihr alle her. Pokémon gucken echt ziemlich viele Leute. Pokémon, Wunderkampf, Zauberkampf ist ja auch witzig. Wenn ich mal gewinnen würde ausnahmsweise. Nein, es ist witzig, dass ich gewinne. Das ist das Lustige daran. Traurig, dass ich die ganze Zeit so Pech habe. Serapentra. Och, komm schon. Nein, die finden das lustig. Gibt mir ein gutes Pokémon. Die finden das lustig, dass ich gewinne, obwohl ich eigentlich in dem Spiel nichts verloren habe. Das ist das Lustige an dem Spiel. Obwohl du beim Gewinnen nichts verloren hast. Man könnte theoretisch einfach eine Katze hinsetzen, die über die Tasten läuft. Die würde wahrscheinlich genauso gut spielen wie bei Louis. Oh, das ist ein neues. Oh. Zelf ist das ein neues. Oder? Das habe ich definitiv noch nie gesehen. Oje. Die Spenden sind das lustige. Wahrscheinlich ist es... Nein, ich habe es schon gehabt. Hä? Wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich ist das so ein ganz normales Pokémon. Irgendwie Sixagrund. Und bei Louis, habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Das ist neu. Taub, sie bei Louis. Ist das ein neues Pokémon? Ich habe echt gedacht, es wäre ein neues. Was zur Hölle war das? Ja, das frage ich mich halt auch. Das Pokémon gesehen und denkst du, hä? Was war es denn? Auch jetzt habe ich davon die Vorentwicklung zurückgekriegt. Das ist nicht fair. Was hatte mir die Vorentwicklung zurückgekriegt? Ich kriege einfach Downgrades von dem Pokémon, die ich hatte, damit es noch schlimmer wird. Auch ein 8. ist Generations-Pokémon, ja. Wir sind jetzt in der 9., richtig? Nein. Wir sind jetzt in der 8., richtig? Oh, oh. Oh je, die Hälfte der Pokémon ist schon getauscht und es war bisher nur Müll. Ich nehme einfach eins aus meinem Team mit. Niemand weiß es. Leute, ihr müsst das für euch behalten. Wenn ich hier kein Gutes bekomme, nehme ich einfach eins aus meinen Boxen. Ist das okay für euch? Aber sagt Balui nichts. Okay, das ist nur Level 1, okay. Ich wollte gerade schon sagen, ich glaube, ich habe was Krasses, aber mit Level 1 ist es nicht krass. Ihr dürft das Balui nicht sagen. Wenn es schon wieder dieses blöde Feuerzeug-Drachen-Ding ist und du sagst das gar nicht krass, ne? Das ist die Sache. Ja, ist okay, okay. Pachi sagt es okay. Das hatte ich vorhin auch schon mal. Was soll das denn? Es heißt El-Bro. Nein, warte, er heißt El-Bro. Entschuldigung. Aber es wäre für das Pokémon auch ein guter Name gewesen. Ja, ich habe was Krasses. Okay, Dankeschön. Ja. Ja, ich nehme einfach... Ja, das nehme ich einfach mit. Das ist eine gute Idee. Das kann ja so nicht weitergehen. Ja, mein Lieblings-Pokémon. Das allerschlimmste Pokémon, was es gibt auf der Welt. Wer immer sich das ausgedacht hat, der gehört bei Nintendo definitiv verbrannt. Aha. Ich meine es nicht böse, ne? Das ist schon wieder ein gutes Pokémon. Das tut mir halt einfach wirklich leid. Das ist halt einfach nicht fair. Wisst ihr was, ich nehme einfach mein Team mit, dass ich jetzt auch beim DLC dabei... Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich nehme jetzt alle legendären mit, die ich finde. Das geht ja so nicht an. Also das kann ja gar nicht sein. Lufax gibt auch fleißig Pokémon, den ihr zaubertauscht rein. Vielleicht kriegst du da was Gutes aus. Ja, hier alle tauschen, aber niemand... Aber ich bekomme trotzdem nur Müll. Och nein, das wurde schlimmer. Ich wurde gerade unterboten an Schlechtigkeit. Oh nein, was? Leute. Das Team ist das größte Müllteam, das es jemals auf der Welt gab. Wow. Süß, Rihorn. Du hast mit deinem Tackle die Welt verbessert. Heute läuft's. Heute läuft's. Guckt euch das... Oh, süß. Guckt euch diese Traurigkeit ein Pokémon an. Oh, guck mal, das kann Hydro-Pumpe. Was glaubt ihr, wie oft trifft Hydro-Pumpe, wenn ich sie einsetze? Nie. Ich weiß, was du sagen willst damit. Ja, das läuft sehr gut. Wir machen Link-Tausch. Das ist eine gute Idee. Habe ich alles im Zauberkampf bekommen? Ja, ja. Im Tausch habe ich das bekommen, im Tausch. Ich sage nur nicht, welcher Tausch. Was soll ich denn damit? Was hat das für Stats? Das müssen wir gleich mal angucken in Ruhe. Oh, Mann. So, letztes Pokémon. Ja, bei mir auch. Ich will... Ich... Ich habe keinerlei Erwartungen mehr. Gar keine. Wenn du jetzt ein legendäres kriegst, ne? Oh, nein. Was ist das hier für eine Band? Hallo, ihr habt eine Band bekommen. Nein, hier steht so eine Band aus Pokémon. Noll. Psst, Pixel Camp, psst, nicht schreiben, nicht spoilern, einfach ruhig sein. Ach da, wow, jetzt habe ich gewonnen. Den nehmen wir denn mit von denen hier. Guckt mal, ihr könnt euch eins aussuchen. Hä? Sagt, wie ich es hier war. Nein. Nein, Valui, das ist nicht für deine Ohren gestimmt. Nein. Diese Geschichte, Mie. So, ihr dürft euch eins aussuchen. Sagt Bescheid. Ich höre das, dass du dich gemutet hast. Weiß ich bin doof. Hör dich auch durch die Türen hören. Valui. Ihr dürft euch eins aussuchen von denen hier. Ich kriege das nichts. Was glaubt ihr, wie soll ich am meisten nehmen? Mit welchem habe ich am meisten Chancen? Miri. Valui kriegt nichts mit. Ich weiß, dass du mich hörst. Hau mich zu verarschen. Nein. Das hier. Das musst du nur noch hochleveln. Es ist zaubertausch, da kann man nicht noch leveln. Oh, jetzt seid euch alle einig, Leute. Ich glaube, das ist nicht fair, was Miri da gerade macht. Ich glaube, das ist nicht fair, was Miri da gerade macht. Ich glaube, das ist nicht fair, was Miri da gerade macht. Ich glaube, das ist nicht fair, was Miri da gerade macht. 08, 18. 08, 15, 08, 18, ne? Miri. Wenn Miri schummelt, ne? Dann nehme ich gleich meinen Legendary rein. Das fällt bestimmt nicht auf. Okay. Also zwei haben jetzt Lucario geschrieben. Soll ich Lucario nehmen? Wie? Valui hört nichts. Der merkt das gar nicht. Ich höre servo irgendwas. Wieso hört er das bis da drüben? Das ist ja nicht normal. Hört auf, hör auf mich zu ignorieren. Darf ich mogeln. Dann nehme ich Lucario mit, okay. Das ist Valui-Mobbing. Entschuldigung, ich musste husten. Ihr habt das Gefühl, der Kampf wird nicht ganz fair enden. Bist du bereit? Ich muss erst noch. Was war denn das Passwort? 08, 15, 08, 18. Ich musste husten. Tut mir leid wegen den Allergien. Du weißt schon. Ja, ja. Eine trockene Luft und so. Ich weiß das. Ja, auf geht's. Ja gut. Ohne angeschaltete Online-Funktion wird das nichts. Aber das ist mir auch schon so oft passiert. Und ich glaube, bei Louis auch. Ja. Ja, das passiert leider in dem Spiel. Okay, auf geht's. Und zur Not? Und zur Not, Dynamax. Zur Not was? Was? Ich habe gehustet. Zur Not was? Ich habe gehustet. Ja, okay. Zur Not. Das hört sich so an, wenn ich huste. Ohne Witz, dass Miri cheatet. Ja, dann spiele ich die Folge jetzt als Jochen. Hallo, Jochen. Und ich kämpfe heute gegen Miri. Hallo. Und wir spielen heute Pokémon. Wundertausch, Zaubertausch, Kampf. Ich habe gar nichts Unfaires genommen. Ich bin bei Louis. Wir gucken mal, wie der Kampf so läuft. Mir fällt auch noch ein Lied ein. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Alle Leute, die in den letzten zwei Minuten neu dazugekommen sind, alle verwirrt. Irgendwas gefällt mir diesmal nicht. Also wirklich. Du, Herr Time und Adrien, danke für eure Follows. Willkommen. Tut mir leid, dass ich euch direkt so verstören muss. Dass die direkt gefolgt sind, finde ich seltsam. Wenn ich das höre, würde ich nicht folgen. So, ich bin fertig. Ja, ich bin auch fertig, aber psychisch. Okay, los. Miri, was hast du getan? Sei ehrlich. Gute Besserung, Miri. Das ist ja ein tiefsitzender Husten. Dankeschön. Bei Louis wünsche ich mir keine gute Besserung. Oh nein, diese Flashbacks. Ich weiß nicht, was ihr habt. Okay, auf geht's. Episch der Kampf aller Zeiten. Incoming. Oh je. Ist das schon dein stärkstes Pokémon? Das ist nämlich meins. Das ist eine Lüge. Ich kann aber leider nicht dein Team sehen. Ich hätte vielleicht einfach gucken sollen diesmal und nicht die Augen zumachen sollen. Oha. Siehst du, aber das ist doch kein ungewöhnliches Team. Das ist ganz normal. Oh, was? What? Das war jetzt nicht fair. Das war jetzt auf jeden Fall nicht normal. Kritten ist nein, nein. Ja, okay. Ja. Baum-Fan, Dankeschön, dass du wenigstens zu mir hältst. Blue. Du hast es gekratzt. Ja. Siehst du, was ich meine mit guten Pokémon? Das gehört nicht dazu. Nee. Warum hast du es zurückgemacht? Ich brauche mein Blumenwander noch für schlechte Zeiten. Für schlechte Zeiten. Wenn das Essen mal knapp wird und du was essen möchtest. Oha. Was soll denn das hier? Ja, wenn du eine Wasser als Surfer. Hä? Das ist doch... Surfer ist... OP-Tentara ist das. OP-Tentara. Ja, aber Surfer hat doch kein Wundertausch-Pokémon eigentlich. Hä? Das ist doch eine VM. Es gibt... Also, aber ich glaube nicht, dass man die VMs jetzt noch braucht. Du konntest sie ja nur nicht tauschen, damit du nicht irgendwo festsitzt am Ende. Ja, wieso das die Attacke kann, kann ich dir auch nicht sagen. Er scheint sehr OP zu sein. Es scheint ein OP-Tentara zu sein. Frag mich nicht, warum es so viele Attacken kann. Aha. Wie soll ich dir denn jetzt was glauben? Das könnte jeder von deinen Durchspiel-Pokémon sein. Das ist mein Durchspiel-Pokémon. Ein unentwickeltes Tentara auf Level 50. Solche Pokémon benutze ich immer zum Durchspielen. Bei dir weiß man nie so genau. Vielen Dank. Immer gerne. Warum ist das so stark? Was ist das für ein krasses Tentara? Ich hätte gar nichts anderes mitnehmen müssen. Ich hätte nur Tentara gebraucht. Ich habe nichts anderes mitgenommen, habe ich nicht gesagt. Das war ein Husten. Warum bist du so stark? Nicht gut. So. Nicht gut. Oh, du hast auch gewusst. Ja, ja. Ich muss nur ein stärkstes Pokémon aufheben. Warte kurz. Oh, ich skala. Oh, du hast es gefuchtelt. Oh, das ist nicht nett. Warte. Wieso kannst du es einwechseln und dann noch angreifen? Hä? Ich habe jetzt zuerst angegriffen. Walui. Wann habe ich A gedrückt? Walui. Walui. Ich kriege mich da wirklich was mit heute. Oh nein. Fuchtbar geht ja von alleine. Ach stimmt, du hast ja gar nichts gedrückt. Klar. Ach, deswegen bist du verwehrt. Ja, ich war verwirrt. Okay. So, weg damit. Nimm Eiseskälte, Gamble. Nee, danke schön. Ja. Ich meine, K.O. Attraken treffen manchmal. Ja. K.O. Attraken treffen manchmal. Spoiler Alarm. Was haben wir denn hier noch für Attacken? Mein Team ist gar nicht so krass. Aber du hast gesagt. Ja, weil wusste ich auch nicht, dass du krasse Pokémon hast. Was für krasse Pokémon. Ich habe Tentara das ganze Surfer. Wow. Wenn das für dich schon als krass rein. Ui. Ähm. Das Geile ist halt die Fähigkeit von ihm sorgt dafür, dass durch Kraftkolossen nicht meine Werte sinken, wie sie es normalerweise machen würden, sondern steigen. Ja, so gucken wir das also. Na dann. Ah. Bin ein Käfer. Und ich käfere dich jetzt. Nein, ich war nicht schneller, Rib. Angebrummt, wer ist in der Leitung? Habe ich jetzt dein erstes Pokémon gerade besiegt? Oh, guck mal, das doch. Arktheim. Ich muss leider den, äh, dir mal, leider gerade, ganz fix, äh, deine, kann ich das nicht. Musst dir leider gerade deine Kommentare löschen, es tut mir sehr leid. Aber wir wollen nicht Spoiler aus der Po. What the fuck? Hab nicht geguckt. Das hab ich halt auch einfach legal bekommen. Legal? Gibt's auch etwas Illegales? Nein, ich hab nichts Illegales bekommen. Alles legal hier. Husten. Boah, das ist einfach so stark, das ist ja nicht mehr normal. Ach, ey, je. Du hast noch vier, oder? Fünf Pokémon, drei. Vier. Vier, fünf. Ach. Oh. Yo, 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 yo. Ich weiß nicht, warum war Luis so rumheult, ehrlich gesagt. Ich schon. Komm, die nächste Psychokinese. Dein Pokémon ist schon ganz schön stark, weißt du das? nein weil der tag jetzt daneben das wäre ja mal was 90 prozentige chance ist wie münzwurf das psychokinese psychokinese trifft hundert prozent gut dass du bescheid weißt ja das ist ja mal versuchen hey jetzt hast du das glumanda eingewechselt und nein weil du bist so dumm viel spaß damit ich hoffe du hast viel freude das kann nämlich nur zwei attacken und die mit der kannst du nur einmal angreifen ich hoffe dass die freude damit ganz großes kino ganz toll ich glaube ich verliere das ehrlich gesagt und das ohne dass du bist ja dein chief pokémon nicht einsetzt also mal ganz ehrlich finde ich sehr verletzend von dir hat dass das wieder misst hallo tentara des todes das gefällt mir auch nicht den tag des todes gehen hause danke also ich möchte nicht dass es drauf geht tut mir leid na gut das ist nicht mehr doch das ist nicht fair das sind übrigens auch nicht ich soll ich dir ein geheimnis erzählen nein ich will dir doch ein geheimnis erzählen und hat zwei pokémon noch nicht besiegen ein geheimnis wollte das geheimnis nicht hören du hast du hast mein dito in so eine schrott pokémon verwandelt das war nicht nett von dir warum hast du es nicht ausgewechselt weil ich nur noch stärker hätte und außerdem ist wandelt warum soll ich austauschen das abendito also was hätte ich holen sollen das kleine bis ding da hätten es noch mal gehabt stehen da ich bin so dumm aber egal das problem ist ich habe jetzt natürlich das falsche pokémon mitgenommen miri ja das ist eine scheine lokario das habe ich meinen tausch bekommen meinst du das würde mir nicht auffallen nein das habe ich wunderkampf bekommen zauberkampf ich glaube ich habe gekriegt hättest du das gefeiert wie sonst was da habe ich so bewusst da muss ich so wussten da war ich so sehr husten weißt du das ist nicht fair miri das ist nicht fair ganz nicht die regeln einfach nach deinem besten wünschen mit gewissen hier waren doch schon ganz bestimmt hat man auch euch alle auf miris seite zu schlagen wollte mich verhalten jetzt habe ich auch nicht welche attack ich gedrückt habe ich bin so ein idiot weil ich mich gerade so aufregen wasser ist denn das habe ich im kampf bekommen ja ja das war ganz legal warum machst du so viel schaden und ich mache gar keinen schaden das wüsste ich auch mal das ist sehr verwirrend ehrlich gesagt halt auf miri anzufeuern sie hat geschummelt sie hat gegen die regeln verstoßen keine lüge keine lüge miri gewinnt ganz werden das hier ist jetzt unser letzter kampf weil wir gleich noch aufnahme haben und noch leider ja leider nicht aber vielleicht der nächstes wochenende wieder oder mal unter der woche wenn der zeit haben hierfür und die nerven ich habe schwebe ich habe schwebe es ist sicher boden ich habe schlechte neuigkeiten für den müll ich weiß brauchst du mir nicht erzählen schlechten neugrücken tschüss der müll aber du hast verloren leute wo kommt ihr denn jetzt plötzlich jetzt so viele zuschauer gerade zum ende des streams bei louis weint glaube ich gerade ich denke das müssen wir nächstes wochenende wiederholen ja ich weiß nicht warum bei louis nicht glaubt dass das lucario aus dem wunder äh zauberkampf kommt äh zaubertausch mahnen ich bin verwirrt ich verstehe es nicht also miri hat gegen die regeln verstoßen ich habe das bekommen fragt meine zuschauer im chat die können das alle bestätigen disqualifizierte damit bestätigen woher das kam das war alles mit rechten dingen ihr seid so doof ok leute so das sollte erstmal vom heutigen stream gewesen sein ihr wisst das wichtigste in dem stream ist dass ihr euch unterhalten fühlt und ich hoffe das war es mal wieder wir haben jetzt gleich mit katze aufnahmen wir danken fürs dabei sein mich wundert wirklich das zaubertausch so viele leute immer anlockt es freut mich sehr dass das euch so viel spaß wir sehen uns beim nächsten mal wieder gerne ein foto da lassen einfach bei in twitch auf das herz drücken oder miri auf youtube abo da lassen dann kriegt ihr immer mit das wochenende wieder vorbei vielleicht kommt da ja der nächste stream genau sauberkampf und jetzt sagen wir euch noch einen schönen sonntag macht's gut und bleibt schön feurig tschüss tschüss und mirio auf ja 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 Bis zum nächsten Mal.